Desintegration. Die Deutschen brauchen uns für ihre Identität. Aber sie interessieren sich einen Scheißdreck für unsere Kultur. Deswegen der Gedanke der Desintegration. Wir spielen da nicht mehr mit. Es muss darum gehen, dass wir uns treffen können und dass alles verhandeln können und nicht sofort abgestempelt werden und in der Ecke stehen bleiben und nur rauskommen und eben die Judenkarte auf den Tisch legen. Genau, und darum haben wir diesen totalen Kongress organisiert, mit dem wir alle Fragen von Juden in Deutschland lösen werden. Und wir hoffen, dass Leonard Cohen dann doch vorbeikommt. Und uns dann fragt, ob wir den totalen Krieg wollen. Und wenn er fragt, weiß ich nicht, was ich antworte.